Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben uns ganz genau, ich glaube, 10 Klicks weiter bewegt als zum Ende der letzten Folge. Gibt es jemanden von euch, der weiß, wie viel Meter ein Klick sind? Oder wie viel Kilometer meinetwegen auch? Das wäre immer echt nice zu wissen. Und ob die Entfernungsangabe, die hier im Spiel angegeben wird, überhaupt Klicks sind? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, ob es Klicks sind. Fliegen wir jetzt in Richtung da? Nein. Wir zerstören den. Oder schießen zumindest noch mit drauf. Hm, da wäre ich ja gerne schon früher da gewesen. Das hätte ich ja schon gerne mal mit erlebt hier. Das ist ja nicht so wild. Oh. Jetzt habe ich diesen Scheiß Reizhofen. Glaubst du es? Noch ein bisschen Schaden können wir ja da lassen, ne? Und abdrehen und nach oben. Machen wir mal den hier, den Move. Sind wir schon zu weit weg? Nö. Boah, das hat es richtig hart gebracht, oder? Nein, jetzt sind wir langsam aber echt zu weit weg. Können wir uns wieder umdrehen. Können wir noch ein paar Riketen zusteuern. Das kriegen die ja nicht in den Abel. Das sind so viele. Die kriegen ja immer, äh, ich will jetzt nicht sagen das Doppelte, aber, also je mehr Mann, desto mehr HP hat das Viejo. Ist ja logisch, ne? So, was ist hier? Wollen wir auf den drauf, oder was? Na, womit? Daher, oder? Ah, Vollstoff. Musikausfall. Ups. Was ist denn da los? Er ist so ein Pfiff. Ah. Das Vieh muss jetzt ganz schnell weg. Das Vieh muss jetzt ganz schnell weg. Weil er holt sich jetzt die ganzen, also da wollen sie jetzt alle. Sagen wir es so. Da wollen sie jetzt alle. Können wir schon schießen? Ja, klar. Warum machen wir es denn nicht? Oh, fuck. Ich bin schon am Arsch jetzt, Freundchen. Hahaha. Oh. Da ist wieder richtig. Ja, das sage ich euch. Die Runde mit den Jungs gefällt mir ja gerade. Macht schon ganz schön was her hier. Natürlich. Na, komm. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Hat der dich abgefangen? Oh, ja. Well done. Ja, und nächster? Kommt, Leute. Wir haben gerade eine richtig geile Runde hier am Start. Was macht die Peggy? Den Kalibern. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? GG. Na ja. GG und weiter. Wer war das überhaupt? Wer ist denn diese... Wer ist denn der Träger? Dieser... Ach, der da. Tim. Nelfel, da oben, ja. Na gut. Oh, wieder gegrüßet. Entschuldigung. Herzlich willkommen in... Nee... Nee. Jetzt ist die FPS-Zahl da oben. Ich habe hier von meinem... von meinem Aufnahmeprogramm hier nochmal eine eigenständige FPS-Anzeige hier oben. Und die steht da direkt drüber. Deswegen gucke ich hier nach. Nelfel. Genau. Wir klatschen uns an den... Wir hängen uns an den Carrier. Ja, können wir auch nichts mehr kriegen. So, das wird natürlich jetzt erstmal eine schöne Reise. Ich denke, ich werde diese Reise für euch etwas beschleunigen. Wir atmen uns an den Kropel-Anzeige. Okay. Wir schließen euch das mal. Wir sind auf eine kleine Reise. Dann amen. Wir sitzen. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir standen. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir haben hier. Wir sind hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, okay. So, ich musste kurz, ich muss gucken, ob man das gehört hat, ansonsten muss ich es rausschneiden. Ups. Ach, da fasse ich mich das nächste Mal mit. Ich habe gerade eine neue Idee entwickelt. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Gleich auf den Sack. Zack. Ja, das war's. Boah, Alter, ist hier viel los. Also, ich hatte gerade eine neue Idee und zwar mache ich jetzt vielleicht einfach mal custom... Hm, wie heißen die Dinger denn jetzt? Custom Thumbnails Genau, ich mach glaube ich jetzt einfach mal Ab nächster Folge Custom Thumbnails Das heißt, ich werde einfach mal Ganz kurz hier wahrscheinlich das Ganze ausblenden Dieses Ganze Das heißt Hood, ne? H-U-D Wie heißt denn das hier? Also nochmal H-U-D Das muss ich mal eben nachgucken Moment mal Steuerung, Kampfsteuerung Oder Gut Ich weiß es eigentlich Deswegen Das wäre jetzt ein bisschen Peinlich Booster Items Booster Sperre Schweben Was heißt denn Schweben Okay Schweben Beschleunigen, verlangsamen Kamerasteuerung Buchkamera Chatfokus Enter Kein Chatfokus Ja Genau Benutzerüberfläche Leder Piloten-Logbuch Robsons-Menü Aber da war es gerade Ihr habt es gesehen hier A-U-D, ne? Namen anders Kampfgeil So, dann probieren wir mal eben aus Jetzt will ich nochmal schweben Gucken wir jetzt Das klappt ja hervorragend So, wenn ich jetzt P drücke Ah Ist das geil, Freunde? Ist das geil? Ich glaube, ich könnte so auch öfter mal rumfliegen Aber ich sehe auch keinen Namen dann, ne? Ne, stimmt Aber ist ja auch Wurst, Freunde Ist ja auch völlig Wurst Das kann ich öfter mal an- und ausmachen Und für Thumbnails mache ich es einfach aus Dann mache ich kurz ein Foto Klack Und dann wisst ihr gleich Bescheid Aha, der hat gerade ein Thumbnail geschossen Oder ich sag's euch Und dann ist das vielleicht auch mal ein bisschen was anderes Wisst ihr? Nicht immer dieses Jetzt habe ich schon seit knapp 40 Folgen, glaube ich Dieses BSG Oh, bla Ne? Naja, gut, Freunde Das war nicht gut Ich weiß nicht, was passiert ist Wahrscheinlich wurde die Aufnahme Die Aufnahme wurde gestoppt Kein Problem Ich hänge das einfach hinten dran Ähm Ja, jetzt seht ihr mich noch Wie ich mich ausloge Ach, ist das herrlich, oder? Was geht denn da hinten noch? Ja, das ist ja Klacks für den, was? Ja, natürlich Na gut, Freunde Macht's dir gut, ne? Schönen Tag Musik 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 Musik